Naja, wie auch immer, wir machen erstmal entspannt weiter mit Nina Chuba und Chapo 102 Ich hasse dich. Erstmal ein super, super sympathischer Titel. Nach ihren anderen Erfolgen mit Wildberry, Lele und dem Remix da mit Juju hat sich Nina Chuba jetzt Chapo an die Seite geholt mit Ich hasse dich. Macht ihr nächsten Hit? Fragezeichen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Werde ich so einen Titel schreiben? Werde ich euch beantworten lassen, diese Frage. Denkt ihr, dieser Song wird so abgehen? Ja, nein? Kriegt man eigentlich relativ schnell raus, wenn man ihn gehört hat, wenn es direkt wieder eine catchige Hook hat oder sowas geht es schon wieder sehr, sehr krass in diese Hitrichtung. 3 Minuten 13. Like and support us come on. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Produziert ist der Bums von Flo August. Schöne Grüße ihn raus. Auch ein Name, den ich so noch nie gehört habe. Selbstverständlich hat er das auch gemischt und gemasselt von Lex Barker. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Also der Titel passt irgendwie zu Chapo. Chapo habe ich so eine Erinnerung, dass er eine sehr kratzige und sehr aggressive Stimme hat. So ne, zu dem passt der Titel. Ich hasse dich. So Nina Juba irgendwie nicht so krass. Ich habe so Nina Juba so kennengelernt als eine süße Künstlerin. Nur auf das Musikalische bezogen. Chad, beruhigt euch. Nur auf das Musikalische bezogen. Die hat so einen süßen Sound einfach, ne? Mit ein paar catchigen Hooks, dies, das. Da passt der Titel. Ich hasse dich jetzt nicht so krass rein. Ohne Scheiß. Also 3.13. Abfahrt. Oha, ich habe dieses Haarwort aus ihrem Mund noch nie gehört. Ich habe gedacht, es wird jetzt... Ich habe so gedacht, okay, die machen so umgekehrte Psychologie mit uns, Chad. Der Song heißt Ich hasse dich. Man geht von einem irgendwie bisschen düsteren, bisschen dreckigeren Soundbild aus, ne? Aber wir kriegen was sehr Süßes um die Ohren geschallert, ne? Aber es geht direkt ab der ersten Sekunde los und sie haut ordentlich raus, Digga. Okay. Wenn du plötzlich Präsident bist, weil jeder trägt dich Huchen so bedingungslos auf Händen. Und du weißt, wie das geht mit diesen Steuern und Finanzen. Hast von jedem gut laufenden Unternehmen Aktien. Guck mal, auch hier wieder. Steuern und Finanzen. Guck mal, dieses Finanzen. Ja, nur Finanzen. Hast Finanzen. Diese Betonung ist auch super nice. Auch hier wieder die zweite Betonung. Von jedem gut laufenden Unternehmen Aktien. Von jedem gut laufenden Unternehmen Aktien. Finanzen. Wie soll ich meinen? Du hast alles geschenkt, kriegst alles hin. Bis Weihnachten nie. Ey Mann, warum macht sie so ein Gesicht, Chat? Warum macht sie so ein Gesicht? Zerrissen, weil deine Eltern noch zusammen sind. Striegelt und fightenlos gewonnen. Der geht Lotterie und ich hab das falsche Lust. Sieh immer nie. In Cilla, wie? Sag mir, womit hast du das verdient? Womit hast du das verdient? Diese Pop-Punk-Drums sind ja sowieso ultra krass. Im Kommen immer noch so. Ich hab das Gefühl, die hören auch gar nicht mehr aufzukommen so. So das erste Mal hab ich das bei Thilo gehört. Es gibt bestimmt den ein oder anderen Künstler, der das vor Thilo auch schon so benutzt hat. Diese Pop-Punk-Drums sind unglaublich am Kommen so, weil die jedem Soundbild nochmal voll dieses Marschierende geben irgendwie. Und es geht halt super, super krass ins Ohr dadurch. Wisst ihr, ich mein? Du willst da zuhören, du nickst da mit durch diese Pop-Punk-Drums. Dazu diese Top-Melodie jetzt oben drauf, die eigentlich auch ganz nice kommt. Auch diese beiden Stimmen jetzt hier, also Chapos Stimme wirklich nur relativ, also relativ subtil im Hintergrund, unterstützt quasi nur dieses ganze Soundbild so ein bisschen, dass die Hook ein bisschen voluminöser kommt. Nina Chuba, ihre Stimme noch super, super breit. Links, rechts, ein paar Mal aufgenommen. Schön hart links, schön hart rechts gepannt so. Also super, 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 super vorne dran so. Chapo, seine Stimme nur noch ein bisschen im Hintergrund als supportive quasi. Das ist so, dass die Hook halt ein bisschen fülliger noch kommt, dass man so ein bisschen schon diese Stimme von Chapo introduced bekommt. Eigentlich ganz cool. Also der Part, im Part war ich so, hm, okay, schauen wir mal, aber Hook holt ab. Ich glaub, ich hasse dich. Ich will euch ein bisschen drastisch. Ja, aber, aber ich hasse dich. Und Chapo macht sauber. Anständiger junger Mann, wusste ich von Anfang an ohne Scheiß. Der Junge ist einfach anständig, der weiß, der hat Manieren, der weiß, wie man sich benimmt. Sieht man ja auch direkt, super sympathischer Mann. Hummer, Schwanz und Kaviar, verschwinden im Kolgarte-Lächeln, 75 Stunden Job und nebenbei noch Wale retten. Ah, im Kolgarte-Lächeln. Hummer, ba, 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 ne? Verschwinden im Kolgarte-Lächeln. Nebenbei ein paar Wale retten oder sowas. Verschwinden im Kolgarte-Lächeln. Coole Reim, super nicer Reim irgendwie, auf Kolgarte-Lächeln. Ich in 75 Stunden Job und nebenbei noch Wale retten, und würd dir gern die Nase brechen, auch wenn's sich nicht lohnt. Denn dein Daddy ist ein Anwalt und dein Onkel ist Chirurg. Ähm, ja, ich hab jetzt nicht so Interesse, mir die Nase demolieren zu lassen, so. Ich hab ja von Anfang an gesagt, der Mann ist einfach sympathisch, aber das mit dem Nasenbrechen, da hinter der Aussage steh ich nicht ohne Scheiß. Digger, was der alles fürs Video macht, ne? Unglaublich. Also wenn ich's jetzt nicht besser wüsste, würd ich ja davon ausgehen, dass er ganz normal da liegt, ne? Und sein Körper quasi durch die Wand geht, dass das nur eine Attrappe ist. Aber ich glaub, der hat sich wirklich so hingelegt, ne? Wie geht's so was? Da, in dem Knie sind ja alle Bänder gerissen, ohne Scheiß. Digger, die, die, die Wirbelsäule wird ja am 90 Grad Winkel komplett, komplett, äh, durchgebogen einfach. Das sieht auch schon so ein bisschen komisch aus, als ob das alles so ein bisschen fake ist, ne? Aber ich glaub, der hat sich wirklich so hingelegt. Der ist einfach ein Schlangenmensch. Doch, Digger, Hook, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Hook klatscht ordentlich. Und ich hab noch nie eine Nina Chuba-Nummer gehört, die in der Hook irgendwie nicht klatscht. Jedes Mal, diese verdammte Hook geht so krass ins Ohr, ne? Unglaublich krass. Das ist schon so ein Teil eines Nina Chuba-Songs. Ohne eine catchige Hook, ohne eine Hook, die dich wirklich mitpreist, so, wird, äh, wird dieser Song nicht released. Hab ich so das Gefühl, ohne Scheiß. Guck mal, ich glaub, ich hasse dich, ist alles Plastik. So, ne, das sind nicht diese außer, außerordentlich guten Reime, so, wie soll ich mein, braucht man heutzutage aber schon lang nicht mehr. Ich glaub, das ist kein Geheimnis, dass in den Top-Ten, Top-Ten-Charts oder in den ersten 10 Plätzen in jeder Playlist, Deutsche Brandt Neue oder Modus Mio-Playlist, Songs rumliegen, die halt wirklich von den Reimen her nicht minimalistischer sein könnten. Reime werden heutzutage einfach, ich weiß nicht, ich glaub, da, da hören gar nicht mehr so krass viele Leute drauf auf Reime, so. Plastik auf hastig, wie sag ich mein, so, denken so, okay, ja, reimt sich halt, ne, wir hören jetzt einfach weiter. Der, der normale Sportify-Hörer denkt sich jetzt nicht, boah, digga, war das ein scheiß Reim, war das ein guter Reim, Hauptsache, das catcht, Hauptsache, das gibt gute Vibes, irgendwie. Das ist die Hauptsache, ohne Scheiß. Oh, ein C-Part noch, oder was? Jetzt wird's ein bisschen ruhiger. Jetzt gibt's auch ein C-Part, geil. Oh, ich hasse dich. Und ich glaub, ich hasse dich. Deine Frise, deinen Charme, deine fette, fette Karre und die Art, wie du sie... Ja, ich hasse dich. Diese Szene ist brutal, ohne Scheiß. Der muss mir echt mal schreiben, wie er das hinkriegt. Also, ich versuch mich ja auch an Yoga ranzutasten, ne? Aber wie die Figur heißt, weiß ich bis heute nicht. Holy shit. Wieso kommst du so gut an, bei den Mädels an der Bar? Neckt denn niemand, was du sagst, ist alles Plastik? Ja, ey. Boah, digga, das gibt Feelings. Neckt denn niemand, was du sagst, ist alles Plastik? Ja, ey. Ich glaub, ich hasse dich. Auch dieses Riff, wie da, was da gespielt wird, ganz, ganz subtil im Hintergrund, dieses Gitarren-Riff, ne? Brutal. Tja, ist vielleicht ein bisschen drastisch. Tja, aber, aber ich hasse dich. Und ich glaub, ich hasse dich. Auch hier so ein Drumroll für die neue Eins quasi, für die neue Zählzeit, so ein kleines Drumroll-Ding, was halt den Drop nochmal ein bisschen fördert, dass man jetzt weiß, okay, jetzt kommt gleich der Drop. Super nice irgendwie aufgebaut. Kurzer C-Part, quasi als kleine Bridge, dass alles runterfährt so ein bisschen, um dann eben nochmal übel laut in die Hook gehen zu können. Aber ich hasse dich. Und ich glaub, ich hasse dich. Ja, ja. Ich glaub, ich hasse dich, dass das Chapo das so ein bisschen reinschreit, seine Stimme aber relativ subtil im Hintergrund leise mitspielt, so, ne? Diese Nina Chuba-Stimme ist noch wirklich sehr, sehr breit in der Hook vorhanden, so. Beide schreien so ein bisschen, ich glaub, ich hasse dich, oder so. Ich hasse dich. Wie soll ich mein, alles Plastik? Ist krass. Ich glaub, ich hasse dich. Stark. Schönes Ding irgendwie. Ist auch so ein gewöhnungsbedürftiges Ding irgendwie, meiner Meinung nach. Ah, den, gerade im Part und so weiter. Also über die Hook müssen wir uns nicht unterhalten. Ähm, die ist ultra catchy, ultra krass. Geht wieder ein unglaublich krasses Ohr. Die Parts muss ich mir noch ein, zwei Mal reinziehen, aber war durchaus ein Ding, was wirklich gut, äh, abgehen kann. Ohne Witz. Die Parts muss ich mir noch ein, zwei Mal reinziehen.